So, und schauen wir mal, was die sechs Kollegen von innen hier bringen. Los geht's! Benetton oder Balou und... Benetton mit 116 setzt sich durch und Balou dahinter will er Benet schmeißen. Das ist ja auch ein PR-Shake, der Benetton an. Und dann wird ein Angriff drauf gefahren. Aber Benetton 116 flogen. Dann haben wir Sebastian hier gewandt, ne? Andreas und Benetton. Haben wir die Fahrzeuge verhakt? Oder geht da noch mal was? Guck, er bewegt sich doch! Ich weiß nicht, ob Timo was zu tun ist. Aber ich bin auf dem Weg! Benetton! Und dann Siebukhaliwe? Also ich muss sagen, dass der hier das erste Mal dabei ist, hat er echt Eier in der Hose. Und er hat mir die Eier in die Action gesorgt. So, werdet ihr schön mit den Anwalt überkommen? Und Timo Kaliwe? Ja, ich muss sagen, ich muss sagen, ich muss sagen. Ohhhhhhhhhhhh! Ja, 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 ja.